So, Leute. Okay, das ist da unten. Der ist noch da hinten. Dann ist alles gut. So, Schrott. Rein. Nichts sein. Bitte, komm jetzt nicht her. Speicher nochmal. Sicherheitsschlüssel. Endlich. Gott. Der ist da hinten, ist alles gut. Über emulierte Persönlichkeiten unseres Menschensein. Okay. Hab ich jetzt nicht gerade durchgelesen, aber egal. So. Tricking Armband Protokoll. Ne, Tricking Armband ID. Was war das? Grüner T. Nice. Keine Ahnung. Äh, Achtung. Das Innen-1-Schalt-Signal ist an einem Tracking-Armband, stellt eine Verletzung der Trendstar-Richtlinie dar. Deaktivieren Sie kein Tracking-Armband ohne entsprechende Autorisierung. Tracking-Armbänder sorgen dafür, dass im Notfall alle Trendstar-Mitarbeiter geordert werden können. Für die Modifikation eines Tracking-Armbands ist eine schriftliche Genehmigung erforderlich. Und es kann nur von Personen mit Freigabe auf Direktoren-Ebene deaktiviert werden. Okay. 2 Neur-Mats. Das ist gut. Ich hab ein. Dateien. Ladungspläne. Keine Ahnung. Schatzkarte. Melinda Shadowcorner. ELB. Keine Ahnung. Erinnert mich gerade an gar nichts. Schauen wir mal in die E-Mails. Schatzsuche haben wir schon. Abnormaler Operator. Dr. Yu. Ich habe Lorenzo Kelvino darauf angesprochen, aber keine Antwort erhalten. Also wende ich mich nun an Sie. Wir haben Hinweise auf einen nicht lizenzierten Operator an Borte Talos-One. Sollten Sie sich als wahr bestätigen, würden wir einen weiteren Vorfall wie bei Trendstar-North riskieren. Die Sicherheit der Station hat oberste Priorität. Daher möchte ich, dass die IT-Protokolle verschärft werden. Chief Shaw. Chief Shaw. Ich bezweifle stark, dass der Unfall etwas mit dem zu tun hat, was Sie hier beschreiben. Wenn Lorenzo eine Untersuchung verunötigt hält, vertraue ich ihm. Dr. Yu. Ein Operator gehorcht im Befehl uns seines Besitzers auf Wort. Morgen hat möglicherweise ein nicht lizenziertes Modell gebaut. Wenn ja, hätte es Zugriff auf die Stationsprotokolle. Und wenn ich damit zum Vorstand gehen muss, ich werde nicht zulassen, dass morgen die Station in Gefahr bringt. Sind Sie sich ganz sicher, wenn es diesen Operator wirklich gibt, wo sollte er dann sein? Kann betreffen Mrs. Shaw. Ich wollte Sie noch einmal daran erinnern, wie sensibel die Daten unserer Volontäre sind. Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie auch weiterhin gesichert sind. Außerdem habe ich Fabricator-Pläne für einige Ladungen angehängt, die Sie bitte ins Dagger überführen sollten. Danke. Alex. Okay. Also ein Verbündeter von Alex entgegen uns, weil wir angeblich irgendeine Scheiße gemacht haben. Nicht ins Feuer. So. Jetzt aber. Rein. Okay. So. Operator-Dispenser. Das hätten wir natürlich schnell. Das ist nicht gut. Wir sind zu langsam. Alter. Ja, natürlich. Wir sind viel zu langsam. Alter. Ja. Okay, jetzt sind der Menschen nämlich gerne in Kauf. Oh, das ist einfacher. Das ist zum Glück echt einfacher. Sehr gut. Jawohl. Mediziner-Bolter. Wir antragen neuen Operator. Aber die dürfen hier nicht aus. Denn ansonsten kommt der Tick in die Bar. Tick in die Bar. 499. Die Diagnostik für oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Medkir hat. Sehr gut. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. Alles erledigt. Zentralsprechung, Zugangskontrolle, Sicherheitserinnung, Metallosoren. In der Zentralsprechung herrscht Schwereloskeit. Bei einer Temperatur von Grad Celsius. Von einem Grad Celsius. Bitte befolgen Sie an Sicherheitsprotokollung. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Programm. Aha. Eine Schrotflinte. Die nehmen wir natürlich. Nicht genug Platz. Nehmen wir natürlich. Sehr gut. 4 Money. Okay. Und 15 Money. Das ist gut. Das ist gut. So. Besatzung. Nominal. Daniel Cho. Keine Lebenszeichen. Hier wurden zwei nicht bestätigt. Shit. Mann. Okay. Dann gehen wir aber in das Ding hier zurück. Programme. Bereichskarte herunterladen. Jawohl. Sehr gut. So. Ja. Was ist das denn da? Ah. Ein Operator Dispenser. Ah lol. Den habe ich gar nicht bemerkt. Okay. Der Fabricator ist doch kaputt. Willst du mich verarschen? Wenn er nicht kaputt ist, dann muss er nochmal hin. Deswegen muss er jetzt nochmal hin. Vielleicht ist er ja nicht kaputt. Wer weiß ja schon mal. Shit. Der ist echt nicht kaputt. Der funktioniert sogar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich möchte gerne. 9 mm Munition. Und noch mehr bitte. Boah, ist das schön. Munition. Jetzt haben wir nichts mehr. Mann. Hm. Das reicht wahrscheinlich nicht, ne? Schropoton, Anti-Red. Psy... Psy-hypo. Nice. Und das nehmen wir natürlich. Sehr gut. Jetzt wird er fast reingelaufen. Shit. So. Und jetzt speichern wir nochmal. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Zugang gewähren. Oh, du warst da. Mikrogravitation entdeckt. Natürlich. Hm. So. Ich finde, das ist festblatt noch weg. Ich muss so weit weg, wie möglich, davon. Ich will hier bloß keine... Äh, wenn ich jetzt ja straight durchfliege, nämlich als Destoinen ist damit. Und das will ich nicht. Und das als Munition. Ich muss so wenig mitnehmen, wie möglich. Und ich guck mal, was da alles ist. Oh, ein Weber noch. Hier gibt es ja da mal weg. Die kreiert so welche Träume, ist ich grad? Nein! Ich kann hier nicht durch. Ich muss da unten durch. Das ist wie los. Ah, da ist das festblatt noch weg. Da noch. Anzug wurde beschädigt. Joa. Wo soll ich das denn einstecken? Da rein. Ja, natürlich. Was? Ja. Genau. Ich glaub, ich muss doch so ein, zwei, drei, zehn Nässe, dein Schiff herren. Jetzt versteh ich auch, wieso... ... man jetzt noch mal einen Fabricator alles bekommen hat. Alles klar. Na gut. Hallo. Kommen Sie wegen eines Termins? Hallo. Und... Mikrogravitation entdeckt. So, nochmal spechern. So. Das heißt, wir müssen es hier reinstecken. Ja? Müssen wir aber einmal hier runter. Mmh. Hm. 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 ich will keine munition an euch eigentlich schon das nämlich lieber leben genau kommt mal her strahlenschaden und das ist nicht so gut das ist nice laufwerk installation stellen sie sich dass alle laufwerke der kompatibilität und der verschlüsselung des protokolls von transfer entsprechen bevor sie im netzwerk zur verfügung gestellt werden laufwerk a koppeln kein laufwerk gefunden ok jetzt hab ich auch schon fast gedacht hey geht weg ich vielleicht nicht den weber will ich aber auch nicht 0 wellen ist der neue fähigkeit verfügbar ok dann sprechen wir noch ein ich fühle das aus sind 16 schuss noch wieso einfach nur wieso ich kann doch eigentlich einfach nur da ist natürlich auch Mist einfach nur hier runter der hat mich jetzt entdeckt nicht der weber oder